Moin Leute was geht ja ihr seht hier dieses Video, hier ist wieder Colin Vigart ich hab wieder ein Sieg geholt in neuen Modus Wilder Westen guckt euch das an da sind gute und viele Kills bei guckt euch einfach bis zum Ende an obwohl es lang geht ihr könnt ein bisschen vorspulen aber guckt euch das an guckt euch die zwei Kills am Anfang an und dann ja Ciao und wir sehen uns am Ende wieder oder reden uns am Ende wieder das fragst du mich jetzt nochmal, Alter oh, sorry die hat sich mit irgendjemandem geküsst, Alter die ist mit irgendjemandem zusammen das hast du mir alles schon erzählt weil du dumm bist ja, ich hab noch ich hab gesagt, du hast mich behindert wir sind doch schon länger Freunde also wir müssen doch schon langsam besitzen dass ich geistig bin da ganz niedrig bin, oder? und nicht nur ganz niedrig ich bin sehr niedrig ich bin sehr niedrig wenn die Kurs minus 1,100 und das ist sogar noch gut für mich ich bin sehr niedrig soshirts um if wie wie ich hab mad Oh mein Gott, Alter! 4 Kills! Nein, ich hab 4 Kills, Bruder! Smoke 3 Digga, der hat ja ne Shotgun und nicht nur Jagdgewerge! Und ich hol die beide! Ja, Bruder! Ja, Bruder! Wir sind beide so! Wir können gleich gleich los-kopf-jagd-singen machen! Ne, Ne! bei freunden habe ich das nie eigentlich ist aber echt nein weil ich habe es halt gegen freunde zu spielen weil ich will die halt nicht töten weil das macht halt keinen spaß freunde zu töten das ist nicht so ein geiles gefühl wie nein weil ich hatte dieses gefühl einfach so ein freund zu töten das sieht jetzt genauso wie wenn im echten leben würde ich dir jetzt nur eine in die fresse hauen ja sollen wir es ausprobieren hier ist ein seil hier konnte man sich hängen erst mal alle portale nutzen um in allen räume zu gehen das macht doch mal richtig schweiz war ich kann zwei taktiken weil überall hinter die mann macht bei es die nachkommt ach das hat crunch royal oder so gemacht im video also die mapkarte also rand oder die portale kennt ihr den trick auch schon? ja und hier sind ja auch portale, zum beispiel hier ist die mauer das hier zu der mauer ist du gehst also das hier die mauer ist also das hier die mauer ist das portal dann bist du ja hier zu der mauer hä es gibt doch nur hier portale wo ich bin ich muss erst mal wieder runter so jetzt bin ich bei diesem portal gehe ich in dieses portal bin ich hier so scheiße herr hast du den getötet soll ich so schnell wie möglich kommen komplett also er hat genommen er ist das heißt es ist ein scheiß ich habe ich habe ja auch mit Bei mir rumliegen. Aber schon. Nice. Ja, 60 Stück. Bei welchem war ich noch nicht? Da hab ich angefangen, ne? Okay. Hammer, ich bin jetzt so schnell alle Häuser losgeworden. Ja, moin! Was? Was? Der ist erst mal ausgeprägt. Noll! Ich kenne die Sohn! Ich muss runter. Ich muss runter, die Sohn kommt, Alter. Die Sohn catcht ich ja sofort, ne? Was? Macht ja 80 Damage. Die Sohn, Papa. Die macht schon 5. Die macht am Anfang 5er Damage. Digga, wo? Wo? Meine Frette! Ich hab 15. Wendung. Den Whiff zu finden ist auch das Dümmste, was es hier in diesem Modus gibt. Noch ein Lagerfeuer. Mein Lagerfeuer. Noch Lami! Lami! Gib mir gleich mal ein bisschen mit Team Whiff ab, Alter. Ich uff logo an! Ja, ein modusklauerer Ich bin glücklich! Ich bin glücklich, wachen wir leser. aber ich habe auch eine lila ich habe einen Sniper Moon, weil du ja so viele Lamas hast du noch Dings, ich habe keinen Moon Nein, lass mal! Ja, die lauseste Leiter der Welt Hast du den auch? Hast du den gerade auch drin gehabt? Reinschaft war Ja, der ist viel zu hell Äh, Schwam, verdeckt viel zu viel Für den Zug aber war es nicht Ja, der ist halt selten und macht guten Sound Ja, dann kann ich sagen, tuk tuk! Hey, ich musste letztens zu der Schweizer, weißt du warum? Ich bin zu einer, äh, ich habe zu einer Klassenkameradin gesagt Äh, ich bin vom TÜV-TÜV, ich möchte deine Hupen testen Da sind Gegner Ja Hat nen Hit Ich muss stehen oder so Ja, geh du den pushen Was? Ja 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 Gleich Ja 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 Uh Da sind auch noch Gegner ja ja man kann doch fliegen ich hab ein lagerfeuer geht doch schneller ich habe sieben ich will pushen wer denn die mütze ja ich will ja okay dann mache ich nichts schießen runter ich kann auch wo ist er ich kann ja nicht raus doch ficken bis weißt du wo ja hast du noch ein medkit Ja. Ja. Kannst du mir das gleich in der Sohn geben? In der Sohn! Nimm still! Ich muss in die Sohn, Alter! Oh fuck! Komm her, ich bauch hoch! Ah! Oh mein Gott! Neun HP! Wie viele Kills? Acht Kills! Oh mein Gott! Geh mal schnell mit! Hast du Minigam Moon? Du dich! Danke! Ok, ich geh sofort in den nächsten Fight. Kann ich mir nicht helfen, ich mich vollheilen. Ja, ich weiß. Kann ich auch verstehen, weil ich musste mich gerade auch vollheilen und du hast ihn bekämpft. Wir sind ein Team, Mann! Skulls, Axe! Minigam! Soll ich auch? Ich stimme auch wieder mit! Komm, komm, mach mal ein bisschen Schuss! Ich hab null Schuss! Null Schuss! Minigam! Hier ist noch ein blaues Jacke, ne? Ab eins! Ab eins! Wie viele Minigam Schuss hast du? Äh, 600! Die Gegner haben gleich eh wieder übertrieben viel! Ich nehm, es gibt ja keine Steine in diesem Modus! Doch, gibt es! Ich nehm, es gibt ja keine Steine in diesem Modus! Digga, ich geh jetzt da hoch! Geh, geh, geh! Die Gegner da pushen, Alda! Ich kann da steilen! Ich kann da steilen! What the fuck?! Weil wir hier in diesem Ganzen... Wir sind ein Einstieg allein! Ja, ja! So, 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 so! Wir machen den Ganzen... Ein... 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 Nein! Darf ich mit Minigam zum Ballon? Nein, tür mal! Bei mir ist der ein Gegner! Aber, äh... Saugen kann kommen, ne? Weißt du schon! Digga, schießt du das grad ernsthaft drunter? Du Arschloch! Mach doch nichts! Mach doch nichts! Digga, ich hab gesniped die ganze Zeit! Vomagot! I'll von da oben! Mh! Oh my god! Oh! Ah! alle aufsehen alter hast du noch mit geht ja moin ich bin voll alter mit dann mit ihm wird und so hat der kopf mit drei geht nicht mit an ich habe kein abgeschaut herrnter naja ich habe welche komplexe ich habe auch so erfolgen hier ich habe mehr so mehr als wirtschaften hat ja okay drei stück vielleicht da habe ich fünf ja okay naja aber ich habe alle 9 90 oben oben Achtung das bleibt jemand easy ich hab alle 9 90 es ist noch nicht richtig? Ja ich weiss Was heißt denn jetzt jemand? Hast du einen? Ja, hast du. Deine Fresse! Geh mal, Schmeckkild! Nee, komm, lass. Aha, mich kommt jemand pushen. Oh mein Gott! Oh, du kannst du die sohn. Nein, ich darf das nicht stoppen, bitte! Nein, ich darf das nicht stoppen, bitte! Komm, Andy, son! Ha! Bruder! Bruder! Keil! Richtig Keil! Okay, beschützt mich kurz. Ja, kann ich nicht. Ich muss mich auch hier. Ja, komm, lass beide hier. Ich bin jetzt eh voll sofort. 3.000. Ich hab auch 3.000. Ja, okay, 2.700. Digga, was sind wir für ein Duo, meine Fresse. Du gehst auf den da, ich geh auf den anderen. Hüppst du Stress oder was? Wie durft den anderen? Nee, lass beide auf einen. Genau, das ist doch der andere. Ja, aber beide auf einen ist doch immer besser. Doch, Junge! Das muss Endfight! Komm schnell, der ist One-Shot! Hol' ihn dir! Wenn du den nicht holst, dann bist du scheiße. Dann hast du mir den ausgestaut. Hol' ihn! Hol' ihn, der ist One-Shot! Wow! Hol' ihn! Mit Pumpgun aber! Mach safe! Oder komm mich heilen! Ja, komm mich heilen! Komm mich heilen! Du bist nicht in der Zone! Der fliegt, der fliegt in die Zone! Der fliegt in die Zone! Lass den mich finishen! Achtung! Pass auf! Pass auf! Ja, mein Fresse! Nein! Juhu! Elf Kills! Fünf Kills!